Wie ist die Krankheit heute auf ihr Leben auswirkt? Wie sie sich den Umgang mit der Diagnose Bipolare Störung wünscht und was Angehörige unbedingt wissen sollten, erzählt sie uns jetzt. Welche Symptome hattest du, als die Bipolare Störung bei dir festgestellt wurde? Also das Ganze reicht zurück tatsächlich acht Jahre und so gesehen Symptome für die Bipolare Störung war bei mir am Anfang die Depression. Also Bipolare Störung ist ja das Wechselspiel zwischen hypomanischen oder depressiven Episoden. Und bei mir war eben zuerst die Depression und Depression äußert sich bei jedem unterschiedlich. Bei mir war es damals wirklich so weit, dass ich gar nichts mehr tun konnte eigentlich. Also einfachste Dinge sind mir schwergefallen bis zu dem Punkt, dass ich eben auch gar nicht mehr richtig sprechen konnte, mich gar nicht mehr artikulieren konnte so richtig. Und ich eben ja auch gar nicht mehr schlafen konnte am Ende. Also ich war wirklich einfach nur noch eine Hülle von mir selbst oder einer Person. Und letzten Endes bin ich dann sieben Wochen im Krankenhaus gewesen, also auf einer psychosomatischen Station. Und da wurden bei mir erstmals die Depressionen auch medikamentös behandelt. Und das hat dann in der Folge dazu geführt, dass ich in eine hypomane Episode gekommen bin, quasi in eine, ja, sag ich mal, Hochphase, die leider nicht als solche erkannt wurde von mir oder von anderen auch. Und das ganz fiese, schlimme Auswirkungen in meinem Leben hatte. Und damals hatte meine Familie so die Vermutung geäußert, eben in dieser Hypomanphase, die niemand als solche erkannt hat, aber dann irgendwie meine Familie eben die Vermutung geäußert hatte, dass das eine bipolare Störung sein könnte. Und als ich nach dieser Hypomanphase eben wieder in eine Depression gerutscht bin, da ist mir dann zum ersten Mal der, ja, für mich damals sehr schlimme Verdacht gekommen, dass das tatsächlich meine Diagnose oder die Wahrheit sein könnte. Und dann habe ich mich ab dem Zeitpunkt auf die Suche begeben, ob das eben, ob das so stimmen könnte. Ist eine bipolare Störung angeboren oder entwickelt sich diese Krankheit erst? Also eine bipolare Störung an sich ist nicht vererbbar oder erblich. Es ist aber, also die Veranlagung ist vererbbar. Das bedeutet einfach, dass eine gewisse Vulnerabilität besteht. Und belastende Lebensereignisse können dann dazu führen, dass die bipolare Störung ausbricht. Also es können sowohl schwere Erlebnisse sein wie Traumata, aber auch, sage ich mal, sowas wie Jobverlust oder eine Trennung. Und sage ich mal, das ist wie ein, also jetzt ganz einfach gesagt, wie ein Virus, der dann ausbricht. So, dass die Veranlagung ist da, aber es muss nicht ausbrechen. Bei mir ist es so gewesen, dass in meiner Familie schon vereinzelt psychische Probleme vorhanden waren, also Generationen auch zurück. Und ich führe das darauf hinaus zurück, dass es halt bei mir zum einen die genetische Veranlagung war, zum anderen auch, ich habe damals mein Studium abgebrochen. Und das hat eben dann dazu geführt, dass das bei mir dann ausgebrochen ist, also dass das alles zusammengebrochen ist und in der Folge dann diese Auswirkung hatte. Du meintest vorhin, du hast dich auf die Suche begeben. Wie lange hat es dann gedauert, bis du tatsächlich die Diagnose bekommen hast? Also von meinem ersten Krankenhausaufenthalt aus bis zur endgültigen Diagnose waren es tatsächlich drei Jahre. Ich habe damals, als ich diese Vermutung hatte, dass ich eine bipolare Störung hatte, hatte ich von Ärzten und Therapeuten die Aussage bekommen, dass man eine bipolare Störung nur dann diagnostizieren kann, wenn während der Behandlung jede Phase mindestens einmal auftritt. Aber das ist nicht wahr, wie ich dann später erfahren habe, sondern man kann eine bipolare Störung auch rückwirkend diagnostizieren. Also wenn man jetzt nur eine einzige hypomanephase, sage ich mal, vor drei Jahren hatte oder so, kann man das auch schon festmachen. Und der Prozess der Diagnostik, also quasi, wo ich angefangen habe mit meiner Therapeutin, das zu diagnostizieren, das hat zweieinhalb Monate gedauert. Also über mehrere Therapiesitzungen, immer wieder mit dem ICD-DSM-Fragebogen die ganzen Sachen durchgegangen. Und das ist mir auch noch mal ganz wichtig hier zu sagen, Diagnostik muss gut und ausführlich passieren. Da kann sich kein Arzt und kein Therapeut hinsetzen und sagen, ich glaube, sie haben das, nachdem man jemanden ein-, zweimal gesehen hat, sondern das ist ein aufwendiger, zeitaufwendiger Prozess, so eine Diagnose zu stellen. Und das ist auch sehr, sehr aufwühlend und anstrengend. Kannst du dich an ein Erlebnis erinnern, was besonders schlimm war in Bezug auf die bipolare Störung? Also so ziemlich das Schlimmste war eigentlich mein erster Krankenhausaufenthalt, als ich meine erste Depression hatte, weil ich eigentlich gar nicht wirklich wusste, was mit mir gerade passiert. Weil ich hatte immer so gehört, Depression ist halt so, man kommt nicht aus dem Bett, man fühlt sich irgendwie, ja, so taub so. Aber ich war einfach voller Panik und Angst. Ich hatte einfach diese Schlafstörung, ich konnte nicht mehr schlafen. So, ich habe nichts mehr motorisch machen können. Ich war wie, ja, ich war einfach nicht mehr da so. Und das war für mich ganz, ganz schwierig. Ich bin, ich habe gedacht, ich bin irgendwie dement oder so. Also das war wirklich so schwer für mich, weil ich nicht wusste, dass ich eine Depression hatte oder mir das nicht klar war. Weil ich war so völlig fertig und es war wirklich eine ganz schlimme Zeit, so im Krankenhaus. Und natürlich ein Krankenhaus ist jetzt nicht schön, aber es war wirklich, wie es mir damals ging. So, das wünsche ich einfach niemandem. Ja, und ich kann das eigentlich fast über jede, fast jede Depression sagen, so, weil meine letzte Depression, die ist auch gar nicht mal so lange her. Die ist jetzt zwei Jahre her. Und die war auch nicht schön, wenn man auf Arbeit irgendwie ständig auf Toilette gehen muss, weil man irgendwelche Heulkrämpfe hat. Und das ist auch nicht schön. Und das ist eigentlich so, ja, so ziemlich die schlimmsten Sachen. Aber auch, wenn man von der Hypomanie, sage ich mal, wieder in die Depression kommt und dann so rückblickend so schaut und dann so denkt, hey, was habe ich denn da, was habe ich da getan? So, warum habe ich das gemacht? Genau, das ist auch schwierig. Aber ich würde sagen, so als komplette Antwort, so, ja, Depression allgemein. Wie hat deine Familie reagiert, als du die Diagnose bekommen hast? Wie haben deine Freundinnen reagiert? Und hättest du dir vielleicht eine andere Reaktion gewünscht? Also, in Bezug auf die Reaktion kann ich sagen, dass das auf jeden Fall immer sehr verhalten war. Also, es war immer sehr eingeschüchtert, so, und ja, als würde das jetzt irgendwas ganz Krasses bedeuten, so, also, ja, man hat gemerkt auch, dass die Leute das Wort gar nicht so in den Mund nehmen wollten. Das war immer so, ja, also deine Krankheit, die du da hast, ja, du weißt schon, und das war für mich dann auch schwierig, das zu akzeptieren dann dadurch, weil das, dann habe ich gemerkt, wie es doch ein Tabuthema für die Menschen war. Und ja, ich hätte mir da, glaube ich, einfach mehr Neugier, mehr Offenheit gewünscht, weil ich schon das Gefühl hatte, das hat die Leute erschreckt auch. Und das war für die mit ganz viel Unsicherheit verbunden, obwohl ich ja immer noch dieselbe Person war und dieselben Probleme hatte. Ich glaube, das war, ja, das war so eine Ratlosigkeit und ich kann das auch verstehen, weil man denkt dann, okay, gut, das ist jetzt so und das bleibt jetzt so und das ist nicht nur eine Phase oder sowas, sondern das ist fertig so diagnostiziert. Und das war auch ganz häufig zu hören, so, ja, bist du dir sicher? Ja, und so, ja gut, das habe ich nicht so entschieden. Genau. Wie lebst du heute mit der Krankheit? Was für einen Umgang hast du gefunden damit? Also ich bin jetzt seit zwei Jahren symptomfrei, kann man sagen. Das heißt, ich, ja, habe keine Phasen, also ich habe keine Depressionen, keine Hypomanphasen. Das heißt, ja, ich muss gut auf mich achten, aber ich bin auch dank Medikamenten sehr stabil. Also ich nehme seit zwei Jahren Medikamente. Ich habe es vier Jahre ohne versucht, was sehr, sehr schwer war, wo ich auch sage, okay, ich habe mich da vielleicht mehr belastet, als ich es hätte müssen im Rückblick. Aber, ja, ich arbeite Vollzeit. Ich habe einen Job, den ich total liebe, den ich sehr gerne mache. Ich bin in einer Beziehung seit sieben Jahren. Ich wohne in meiner eigenen Wohnung. Also von außen sieht man das nicht, dass ich das habe oder dass ich so eine Krankheit habe. Ja, aber es ist immer ein Thema so. Also es ist, für mich ist es auch so bei jeder Lebensphase oder wenn sich was ändert oder so, muss ich immer auf mich gut achten, dass es nicht irgendwie zu viel wird. Oder ich, worauf ich ganz arg achten muss, ist auch mein Schlaf. Wie schlafe ich so zur Zeit und was brauche ich gerade? Und das ist echt wichtig. Und da hat sich echt auch meine Sensibilität dafür geändert oder verschärft einfach, weil Medikamente haben mir wirklich gut geholfen. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, ob das ausreicht oder ob man da was ändern muss oder so. Also es ist auf jeden Fall eine lebenslange Aufgabe, sage ich mal. Und hat die bipolare Störung auch Einfluss auf zwischenmenschliche Beziehungen? Du sagtest gerade, du bist seit sieben Jahren in einer Beziehung. Ja, definitiv hat das Auswirkungen. Also gerade in der Hypomanphase, also viele haben ja das Bild von der Hypomanie oder der Manie, dass es total positiv ist und total super und man hat da den Spaß seines Lebens und es ist total gut gelaunt. Aber das Gegenteil ist der Fall manchmal auch, weil man sehr reizbar, sehr wütend ist, sehr schnell in Streit und Konflikte kommt und einfach auch sehr sprunghaft ist, waghalsig auch. Also da geht man wirklich auch teilweise durch Situationen eventuell mit dem Partner, wo man denkt, was passiert da gerade? Ich erkenne die Person gar nicht wieder. und ja, das kann sehr belastend für eine Partnerschaft sein und auch in der Depression zum Beispiel, wenn der Partner sexuell vielleicht nicht mehr die Lust verspürt oder vielleicht ganz eig traurig ist und so, dann muss man schauen, wie kann man das aushalten so als Partner beziehungsweise ich finde es halt auch immer ganz wichtig zu sagen, sagen, dass man immer gut auf sich achten muss als Partner von einer Person mit einer psychischen Krankheit oder einer bipolaren Störung auch in dem Fall, dass man auch selber ein gutes Support-System hat, wo man sagt, okay, jetzt ist mir gerade so viel, ich kann nicht mehr so. Also es belastet auf jeden Fall Partnerschaften, Freundschaften. Es hat das Potenzial auch, Menschen zu entfernen, aber genauso hat es das Potenzial, Menschen näher zusammenzubringen und in den Dialog zu gehen und wirklich intime, wichtige Gespräche zu führen und Freundschaften, die dann auch wirklich sehr tief werden und man entwickelt auch eine ganz große Empathie dann für andere und man sieht die Welt nochmal aus einer ganz neuen Perspektive und ich für mich kann sagen, dass ich zum Beispiel meinen Beruf, ich arbeite im sozialen Bereich, dass ich den gar nicht wahrscheinlich gewählt hätte, wenn ich nicht diesen Krankheitsweg hinter mir hätte, weil das hat mir einiges gezeigt, wo man quasi als Mensch hinkommen kann und wie man da Menschen auch wieder rausholen kann. Du hast vorhin deine Symptome geschildert, als die Krankheit ausgebrochen ist. Wenn ich solche Symptome bei einer Person in meinem Bekanntenkreis feststellen sollte, was würdest du sagen, wie sollte ich mich verhalten? Also bei der Depression gibt es ja mittlerweile ganz viele Ressourcen und Hinweise, ganz viele, ja sag ich mal, Hilfestellungen, wie man am besten helfen kann als Angehöriger, wenn man eine Depression feststellt bei jemandem. Ich würde sagen, die Frage ist eher, was ist, wenn man merkt, dass derjenige in eine hypomane oder manische Phase kommt, was man dann meistens auch im Anschluss an eine Depression sieht oder feststellt. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, die Dinge anzusprechen, die man beobachtet, sensibel, aber eben halt auch, ja, vorsichtig. Und das wird der Person nicht gefallen, der man das sagt. Die wird das nicht gern hören. Hey, ich habe das Gefühl, was du gerade machst, das könnte eventuell gefährlich werden oder das könnte dazu führen, dass das und das, ich mache mir Sorgen um dich, ich habe Angst. oder hey, ich habe das Gefühl, du hast dich verändert oder du machst jetzt gerade andere Sachen. Ich finde es wichtig, dass man die Dinge anspricht, sensibel natürlich. Auf jeden Fall, dass man da ist, dass man versucht, nicht zu, von oben herab zu beurteilen, nicht so krass zu werten. Und also mir hat es unheimlich geholfen, dass Menschen einfach für mich da waren. Vielleicht nicht so direkt an mir dran, aber wo ich gewusst habe, okay, die sind einfach da. Und sowohl in Depressionen als auch in der manischen oder hypomanen Phase fand ich für mich immer sehr hilfreich, so Routinen zu haben. Zum Beispiel, ich rufe dich jeden Abend um 18 Uhr an oder wir gehen jeden Mittwoch ein Eis essen oder so. Und das war, das hat so ein bisschen Stabilität mir gebracht in so einer Welt, zu einer inneren Welt, die total chaotisch war. Und was ich auch ganz wichtig finde, auf jeden Fall Ressourcen zur Verfügung stellen, sagen, hey, guck mal, hier habe ich ein Buch gelesen oder hier habe ich eine Therapiestelle gefunden oder so und begleiten, auch bei den Arztbesuchen begleiten, wenn die Person das möchte, zu Therapeuten begleiten und eben einfach da sein. Ich glaube, das ist das Beste und das Wertvollste, was man machen kann für eine Person, die da in so einer Situation ist. Du meintest ja vorhin, bipolare Störungen oder andere psychische Krankheiten sind immer noch Tabuthemen. Deswegen sprechen wir jetzt auch darüber. Was würdest du dir wünschen, wie sollte der Umgang mit solchen Krankheiten sein? Also zuerst mal ist mir persönlich als betroffene Person ganz wichtig, dass die Menschen mehr Informationen haben, was das Thema angeht, dass es zum Beispiel verschiedene Arten von einer bipolaren Störung gibt. Es gibt gerade eins, es gibt gerade zwei, es gibt Rapid Cycling, es gibt so viele auch unterschiedliche Arten, wie sich das die Krankheit äußert in Menschen. Und ich kriege da immer so ein bisschen, das nervt mich dann immer, wenn ich dann höre, wenn Leute sagen, ach ja, bipolare Störung, das ist doch, wenn man manisch depressiv ist oder nicht. Das sagt man heute auch gar nicht mehr. Und das ist tatsächlich eine schwere Krankheit, ist auch Stand heute unheilbar. Aber man kann sehr gut damit leben, man kann ganz normales Leben führen, sag ich mal in Anführungszeichen, wie jeder andere. Und man ist nicht irgendwie unberechenbar oder hoffnungsloser Fall. Oder ja, man ist da nicht irgendwie eine Sorte Mensch, sondern ist noch ganz viel mehr als diese Krankheit oder diese Störung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir da nicht mehr so zurückschrecken davor, dass wir da einfach offen sind. Weil ich finde, über Depressionen wird ganz viel gesprochen, was ich auch sehr positiv finde, was ja auch sehr wichtig ist. Aber ich finde eben das Thema bipolare Störung, das gehört irgendwo auch dazu. Und es ist meiner Meinung nach irgendwie noch gar nicht so richtig beleuchtet oder angekommen. Und es wäre mir einfach sehr wichtig, dass da gute Informationen sind und da auch das Stigma reduziert wird dadurch. Weil ich finde, je mehr Informationen wir haben, desto mehr wird es auch leichter für Betroffene und deren Angehörigen da, sich damit irgendwie wohlzufühlen. Weil als ich meine Diagnose bekommen habe, damals habe ich lauter Schreckensmeldungen gesehen und Videos, wo da gesagt wurde, das ist ganz furchtbar und das ist ganz schlimm und so. Und ich finde, je mehr Informationen und auch Geschichten wir darüber in die Öffentlichkeit stellen, desto positiver können wir das dann auch in die ganze Welt hinaustragen und damit Menschen helfen, die davon betroffen sind. Vielen, vielen Dank für das offene, ehrliche Gespräch und dir alles Gute weiterhin. Dankeschön. Wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen möchtet, dann schaut gerne auf unserem YouTube-Channel vorbei und folgt uns.